Servus, ich bin der Gierkel Schoß, Prinz von Horlfing und Verteidiger der Geheimnisse vom Hofbreihaus. Das ist mein Dreierall, der guckt jetzt brutal. Wunderbare Geheimkräfte haben sie mir offenbar, da ist in mein Weißbeerglaschen in Tee gekommen und hab gesagt, an der Macht vom Hofbreihaus. Ich habe ein Seier! Mein Dreierall wird zu einer sauberen Zünder. Und jetzt bin ich der Biermeer, der brutalste Soffkopf im Universum. Ich war heute beim Endres in der Früh und dachte mir, ich muss mal so einen Kasten Nettinger mit, von dem soll ich schmerzen. Wer ist eishaft und länger noch nicht herrscht bei Mause, der darf halt auf die Nachtgrusten vom Schwein aus allein fressen. So, dann schauen wir mal, wer der kaputt ist da drin. So, wie es schaut aus? Merkt ihr schon etwas? Gut, feide haben nix, guuut. Oder wird der Zauferer total um uns unten? Also, ich kenn nix. Okay, cremig, flauschig. Also, ich weiß eh nicht, ob siehst des Schwein an eh schon gesehen, ob siehst den Namen errichtet, aber die Krusten, Alter, mhm. Die leicht so richtig geil gehören, so wie Saise, so richtig, aber das... Uuuh, da schau hin, da fällt sich das raus. Das heißt, es bleibt mehr Schwein als vier. Uuuh! Uuuh, ich hab Schmetterling im Bauch eh. Also, mir geht's eigentlich so... Uuuh! Ja, das heißt quasi, dass ich gewohnt hab und darf die ganze Krusten erlauben. Uuuh! Uuuh! Alter, deine Mama ist so fett! Die ist jetzt dem Kino nicht übergeben. Uuuh, uuh, 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 uuh. Gischt dann war ich auf der Edeltarte auf und jürg wir ein bisschen drin. Bin mir aber nicht ganz sicher wo. Aber wie dann mein Trick, die Arche für ein Blitz hat, hat mich gut zu Hause, als ich mindestens fünf Minuten ins falsche Lache gewüst hab. Oh Gott, nein, Hörer! Oh, mein Vater... Bitte jetzt auch gegolzen sein. AAAAAAAA! Hm? Rundsgei! Äh, deine Mama ist wie ein Edding, fett, schwarz und stinkt nach Alkohol. Äh, und, und, deine Mama ist so asozial, die stinkt sogar auf Fotos, äh, äh. Hast du, äh, den Bumsuch schon mit einem Glattl? Das haut überhaupt nicht. Servus, grüß Gott, einen schönen Abend wünsche. Folgende Einmeldung hat uns gerade erreicht. Das Derby zwischen der Spielvereinigung Hankova gegen TSV Bong am Sonntag ist abgesagt. Grund für die kurzfristige Entscheidung ist der Lieberu, der gestern Nacht der Fahnerwei in 16er geschissen hat. Oh Gott, ich mach nicht ster! Die Aufräumarbeiten der Freiwilligen Feuerwehr sind ihm voll im Gange, kann aber alles noch eine Zeit dauern, weil der Hauptbrandmeister ebenfalls noch einen sicheren Suri hat, dass er das Arohr beim Montweten-Spritzen verschmissen hat. Ah, nicht das Arohr! Ich weiß überhaupt nicht, was soll's! Ich nix dafür! Nimm mir deine alte jahreinige Brustkache an mir herhalten! Mach nicht, du musst mir die Höhrein! Ich hätt euch Ketchup, lieber Kassiming gemacht! Hurra! Ich� gleich über ihn! So meinst du mach es hier! Ich bin lebt jetzt einfach nicht im Geht er tãoетыاط und mit euch sicher sie sind Und Hertie- Washội sch83! Und dann wäre das wohl nichts! Und dann wäre das Statische ein. Und dann wäre es diesemait breakfast geh emple. Alles恭, oder was sag es checkout? Da? Und dann können wir fragen?